Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Brown, Part Nummer 5 Milliarden, äh, Swap. Und zwar fangen wir direkt mal mit einer guten Meldung an. Und zwar geben wir Antorn, wie ihr seht, ich habe ein bisschen hochgelevelt schon, also die sind jetzt alle so im guten Rahmen, wie ich Antorn anständigen Spitzen haben. Und zwar, yes. Und zwar ist er, Stan. Hm. Stan. Okay, klingt zu human. Finde ich okay. Stan. Okay. Ähm. Was mache ich? Was wollte ich machen? Also erstmal soll ich mich hoch heilen, weil der Welpenschutz ist jetzt hier weg. Ich weiß nicht, wohin ich fliegen muss, ich glaube hier hin. Alright, sieht gut aus. Swap, Swap, Swap. So. Wunderbar. Äh, erstmal zum Markt, oder? Wenn ja einer ist, da oben, okay. Speeden wir uns mal hin mit 50-facher Geschwindigkeit. Und gehen rein. Hallo. Oh, Ultra Ball und Hyper Potion. Oder Hyper Potion. Hyper ist, glaube ich, correct. Äh, welches Art Themen brauche ich? Egal. Tschüss. Ich will lieber Geld. Kommen wir davon mal. Mann, hab ich viel Kohle. Revive. Ja, cool. Ja, auch noch ein paar davon. Mann, hab ich viel Kohle. Unfassbar. Nehmen wir mal hier auch hier von ein paar. Kann ja nicht schaden. So, und jetzt steigen wir auf unser Fahrrad. Und gehen zu Team Walkers. Die wollen nämlich einen Besuch haben von uns. Da hab ich ein Zemin gemacht. Ist wie beim Friseur. Und, 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 und dann geht man hin. Und dann laber ich bullfühlt. Wieso Friseur? Ich weiß nicht. Oh, hallo. So, so, so. Ich war jetzt noch beim Friseur. Beim männlichen Friseur. Ich war zweimal mein Leben bei einem männlichen Friseur. Nicht freiwillig. Das ist dann immer, wenn der eigentliche Friseur nicht da ist. Und zweimal mein Leben hat ein Friseur meine Haarschnitte grauenhaft versaut. Deswegen, äh, seid froh, dass Facecamp ist jetzt nur ein Mythos ist auf meinem Kanal. Okay, es ist nicht so schlimm, aber es ist schon, ist schon nicht geil, wenn man das mal vergleicht mit, mit, mit sonst einer Haarschnitten. So, schlappst du mal hier mal ein bisschen rum? Hallo. Ach, der klingt auf Speed so gut, ne? Ich finde, hat das. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn cool. Ich finde ihn cooler in 80-facher Geschwindigkeit. So, dich haben wir weggesnackt am letzten Part. Dich skippen wir mal. Dich würde ich jetzt skippen, aber geht nicht. Du dachtest, ich würde helfen. Nein, dachte ich nicht. Warum soll ich das denken? Ich bin doch kein Weetard. Okay, Volt Swap. Stan! Das geht der Falsche für den... Deswegen kommt Nintendo Pill. Ah! Wie soll der überhaupt schreien? Der hat keinen Mund. Wie soll ein Pokémon ohne... Egal, ich... Ich will die Logik... Oh, das nur ein HP. Okay. Und jetzt. Ich darf die Logik im Pokémon nicht so hinterfragen. Glaube ich. Oh, Nintendo. Level 27. Hat aber immer nur noch zwei Attacken drauf. Hmm... Komm. Dinox ist zwar eigentlich auf der Todesliste, weil er im letzten Part schon einmal gestorben ist, aber... Den smackt er jetzt nur eben weg hier. Ja, wunderbar. Awesome. Kadabra. Okay, nee, das ist vor allem nicht. Stan! Kann er machen. Oh, es sieht mächtig aus. Und ich hab auch nur zwei... Okay, das Abel... Oh, auch noch die Attacke, die Schaden macht. Ula Garo. Komm. Kein Risiko hier. Come on. Kein Risiko. Oh Gott. Hey, die sind schon ganz stark, die Pokémon. Das ist schon... Das ist schon nicht einfach, ey. Ohne... Ohne Flachs. Meine Kopfhörer sind irgendwie sehr leise heute. Ich weiß nicht, wann das liegt. Okay, da ist wieder ein Professor. Gehen wir mal nicht, dann gehen wir mal hier hoch. Na, gegen dich muss ich kämpfen. Mach mal. Ja, der Podcast sollte eigentlich schon oben sein, aber... Der war irgendwie bei 90% und dann war ich müde. Ich dachte, komm, lass ich den Rechner aus an. Geh ich schlafen. Und dann hab ich den angelassen. Und am nächsten Morgen war der fertig. War auch durchgerendert, aber... Irgendwie stoppt er dann nach einer halben Stunde. Und das ist ein... Zweieinhalb Stunden Podcast. Jetzt bremde ich den gleich nochmal und dann... Bring ich ihn vielleicht mal im Laufe der Woche raus. Die zwei. Nee, ist ja kein Druck, oder? Oder verspürt er dir Zeitdruck, dass du sagst, Mann. Ich würde ihn jetzt unbedingt hören. Ich glaub nicht, oder? Und Mann, Stan! Du könntest auch ein bisschen mehr Schaden machen. Will jetzt nicht meckern, Stan, aber... Ist nicht so stark. Auf Level 32 entwickelt sich Antonia, glaub ich, ne? Zu, äh... Keine Ahnung, zu diesem Surfer-Dude. Oh, Maschok. Oh, Level 29, Mann, bin ich underpowered. Äh... Zinox. Oh Gott, nee. Nee, 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 nee. Kein Risiko. Kein fucking Risiko. Ey, da geh ich echt kein Risiko ein bei Zinox. Äh, der ist... Der darf nicht sterben. Und nicht nur rausfinde, wie der sich entwickelt. Also, wie das mit dem Tauschen geht, dann wird der ganz... Oh, hallo. Ach, sag mir nicht, du kannst mich hochhalten. Okay, oh no. Was machen wir jetzt? Was ist denn hier passiert? Sag mal was. Das Silp suchen die. Okay. Oder whatever. Und dich kämpfe ich nicht, hast du zu sagen. Oh, der Team Rocket Leader ist oben. Den muss ich besiegen. Oh, Team Rocket Leader ist hier. Krass. Hallo. Team Rocket kam und hat uns übernommen. Krass, der Leader ist hier. Okay, fett. Da kann man noch nicht lang. Den schaffen wir aber noch nicht. Wir sind da viel zu schwach. Oh, da ist er. Fuck. Okay, die snacken wir noch vorher weg. Hoffentlich müssen wir nicht gegen ihn kämpfen. Der würde uns platt machen. Stan, den schaffst du. Das ist genau der Gegner. Ja, den schaffst du. Das ist der Geist. Was machen wir? Das ist ein Stark gegen Geist. Ich bin bis heute noch nicht raus. Oh Gott. Ey, Ula Garo sogar jetzt. Oh Mann. Oh nein, das geht nicht. Ich gehe tot. Nein, 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 nein das ist echt schwer jetzt hier dieser dieser knecht ist mir schon überlegen was mache ich zu geschwächt ich habe genug code um mir noch danach ein paar tränke zu holen das passt schon was noch ein kind versucht mich aufzuhalten von noch ein kind versucht die ziele von dem rocket aufzuhalten ich denke du musst eine lektion lernen lernen kleiner der handlanger war schon gerade zu stark für mich bitte habe keinen über level 35 29 ok sich dagegen kommen auch von confusion das hatte und ich jetzt auch genau den falschen ein nein 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 Nein, 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 nein. Bitte nein. Komm schon. Komm. Okay, den haben wir. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Okay, das... Ist das Boden? Ist das Gestein? Gegen was ist das Schwach? Kampf. Ja. Ja, 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 ja. Ah, komm schon. Sauber. Marovac, was ist das? Was ist das? Was ist das? Geh ich auf nochmal sicher. Ah, okay. Weck, weg, weg. Komm. Bist nochmal stark. Okay, er schenkt mir wieder den Kampf. Okay, gut. Ich mach ein bisschen lauter. Okay. Ein letztes noch. Den schaff ich. Den schaff ich. Ich schaff den. Oh nein, ich wechsle nochmal durch. Ey, ich will keinen hier verlieren. Ohne Spaß. Dafür ist es mir zu wertvoll hier. Yes. Come on, Stan. Come on, Stan. Come on. Yes. Sauber. Die müssen in der Attacke. Yes. Jetzt nichts falsches drücken. Disable mag ich nicht. Aber teleport bringt es nicht. Deswegen. Ah, ich hab schon wieder verloren. Du hast nichts aufgehalten. Das Wagen musst du jetzt übernehmen. Bla 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 bla. Es gibt keinen Weg, wie wir nicht erfolgreich sein können. Oder was schon mal er gesagt hat. Goodbye forever. Okay, hi. Ist alles in Ordnung? Ja, danke dir. Du bist ein herzliches Kind. Das war wirklich nichts. Was ist der für ein Poser? Ich muss dich bezahlen. Oh. Ich hab mir dieses wertvolle Geschenk für dich. Shiny Stone. Was macht das? Okay, geht sicher. Bla bla bla. Was macht der Shiny Stone? Ich bin zu doof, um zu checken, was er macht. Hm. Entwickelt das ein bisschen das Vorkommen? Macht das irgendwas Shiny? Du bist mein Held. Oh. Oh. Wie nett. Was macht der Shiny Stone? Wenn ich will, sag mir Bescheid. Haben wir den Rocket jetzt hier besiegt? Aber das ist ja auch noch ein Weg. Braucht die Karte irgendwie? Hm. Oh Mann, ey. Bin ich froh, dass keiner verreckt ist, ey. Okay, haben wir hier Team Rocket gesaved? Dann können wir der nächsten Stadt auch ein bisschen mehr machen, ne? So. Die Ratte da. Okay, da oben ist ein Item, das werde ich mir cachen. Da unten ist auch noch ein Item, das cache ich mir gleich auch. Oh Gott. Ja, komm, ich hab zwar die Whey Pels, aber die setze ich von anderen Seiten, oder? 10.19. Das ist... Says-Masic-Toss. What? Okay, Nintendo Pels, wenn du's lernen kannst. Vielleicht ist das ja was Cooles. Ah, ist das eine Fighting-Attacke? Ah, Geowurf. Fett. Ja, komm, muss ich's nicht mal... Okay, ich setze einfach mal ein Weeple ein. Okay. Okay. Yes, noch ein Item. Noch eins, komm. Yes. Whatever it is. Mi gusta. Und jetzt raus hier. Aus, raus, 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 raus. Yes. So, dann gucken wir mal. Hier oben ist jetzt die Gebäude frei. Das ist oben, wenn man nicht blockiert. Guck mal, jetzt nimm ich mal rein. Holy fuck. What? Was ist das? Der Rivale. What? Okay, das ist das Geisterhaus. What? Okay, dann machen wir's mal hier weiter, bevor wir gleich zum... Oder? Ich glaube, was noch in diesem Part? Wie lange geht der schon? Ja, 15 Minuten. Dann beenden wir hier die Folge. Und im nächsten Part geht's dann weiter, wenn wir uns in Abenteuer stürzen im Geisterhaus. Ich bin froh, dass keiner verreckt ist. Puh. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao. 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 Ciao.